Ich beginne gleich mit dem Dank. Ein riesiges grosses Dankeschön an dich, Francesca Giardina. Das war deine Premiere als stellvertretende Geschäftsführerin. Matthias Stürmer, den sie alle kennen, hat mir zu Beginn gesagt, heute konnte es er auch einfach geniessen. Er hat eine Stellvertreterin. Ganz herzlichen Dank dir, Francesca, für die ganze Organisation. Dann aber auch ganz herzlichen Dank Barbara Josef für das spannende Eingangsreferat und ganz herzlichen Dank allen Panel-Teilnehmenden. Ich habe mir jetzt so überlegt, wie gehen wir jetzt weiter vor. Also wir haben ein sehr breites Spektrum heute gehört und diskutiert. Am einfachsten kann ich es ja mal beginnen mit dem Ständerat. Den können wir im Moment nicht so schnell neu formatieren. Aber hier ein guter Input. Der Ständerat hat heute begonnen mit dem papierlosen Büro. Es ist also nicht der Nationalrat, der das mal testet. Der Ständerat testet das papierlose Büro und wir sind natürlich alle gespannt, wie jetzt das funktioniert und ob wir dann im Nationalrat auch mal zum papierlosen Büro wechseln können. Ich habe es sehr spannend gefunden, auch die ganzen Diskussionen über die Arbeitswelt und am Schluss sind wir dann auch bei der Politik gelandet, bei der Partizipation. Da haben Sie mir aus dem Herzen gesprochen. Wie können wir zukünftig eine Medienpolitik machen, die die Menschen erreicht? Wie können wir aber auch die ganze Partizipation in unserer direkten Demokratie stärken? Weil ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie auch irgendwo noch Mitglied sind, gehen Sie gerne an einem Samstag oder einem Sonntag an eine Delegiertenversammlung. Ich gestehe, ich muss mich jedes Mal aufraffen, wenn am Samstag oder am Sonntag eine Delegiertenversammlung ist. Und trotzdem finde ich es so wichtig, dass eben die Menschen teilnehmen können. Mein Fazit, das ich mitnehme und das wir dann sicher auch weiter in unserer parlamentarischen Gruppe, aber auch in der politischen Diskussion weiterführen werden, ist dieses, dass wir die Menschen mit ins Boot holen müssen. Also wir können die Digitalisierung nicht ohne die Menschen gestalten. Die Menschen sind betroffen. Wir haben aber auch heute gehört, dass wir nicht wissen, wohin die Reise genau geht. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die Menschen aller Generationen, dass wir denen Vertrauen schenken, dass wir sie brauchen. Sie werden nicht alle wegrationalisiert, aber es braucht neue Veränderungen. Es braucht eben lebenslanges Lernen. Und ich glaube, das ist das Zentrale, dass wir zusammen die Digitalisierung so gestaltet, dass sie eben für die Menschen einen Nutzen bringt und dass die Menschen auch Freude an diesen Veränderungen haben und nicht das Gefühl haben, hoffentlich gehöre ich nicht zu denjenigen, die dann aufs Abstellgleis geschoben werden. Das erachte ich als eine wichtige Aufgabe, die Chancen zu sehen, die Menschen mitzunehmen, ihnen Perspektiven zu geben und eben nicht ständig zu diskutieren. Wahrscheinlich gibt es nur noch selbstfahrende Autos. Wahrscheinlich gibt es keine Lokführer mehr. Das wissen wir alle nicht, wie sich das entwickelt. Aber die Zeit entwickelt sich und die Menschen müssen dabei sein. In diesem Sinne danke ich Ihnen herzlich, dass Sie heute Abend bei uns waren und ich hoffe, Sie bald wieder an einem nächsten Partiki-Anlass zu sehen und wünsche Ihnen jetzt noch ein Gute beim Dessert und angeregte Gespräche und ich freue mich auf weitere Begegnungen mit Ihnen. Besten Dank. Vielen Dank.